Wie lange müssen Sie denn arbeiten, damit Ihre Rente gerade so über Sozialhilfeniveau liegt? Sie kennen das ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie arbeiten Ihr Leben lang oder haben Ihr Leben lang gearbeitet. Ihr Arbeitgeber hat für Sie die gesetzliche Rente eingezahlt. Sie haben von Ihrem Bruttoeinkommen in die gesetzliche Rente eingezahlt. Da kamen Sie ja gar nicht dran vorbei. Dann gehen Sie in Ihren wohlverdienten Ruhestand und sind schockiert, weil Ihre Rente hinten und vorne nicht zum Leben reicht. Die Alternative ist, jemand hat sein Leben lang gar nicht gearbeitet, erhält Grundsicherung im Alter. Und da ist nun die Frage, wie lange müssen Sie denn arbeiten, in die Rentenversicherung einzahlen, damit Ihre Rente dann gerade so auf Sozialhilfeniveau liegt? Damit Sie also im Alter genauso viel oder etwas mehr haben als jemand, der nie gearbeitet hat. Da gibt es nun eine Modellrechnung des Arbeits- und Sozialministeriums und die liefert eine schockierende Antwort. Wer in Deutschland nie gearbeitet hat, dem steht im Alter dennoch die sogenannte Grundsicherung im Alter zu. Die ist natürlich je nach Wohnort und Kosten für die Unterkunftskosten unterschiedlich hoch. Das ist individuell, da kann man keine klare, eindeutige Zahl nennen. Aber wenn man vom Bundesdurchschnitt ausgeht, dann betrug diese im Dezember 2022 rund 862 Euro monatlich. Der Spiegel hat nun berichtet, dass es eine Modellrechnung gibt, eine neue Modellrechnung des Arbeits- und Sozialministeriums. Und nach dieser Modellrechnung kommt heraus, dass deutsche Arbeitnehmer erst nach mehr als 27 Jahren Erwerbsarbeit eine Rente in der Höhe erhalten, die der Grundsicherung im Alter entspricht. Meine Damen und Herren, 27 Jahre müssen Sie arbeiten. Und ganz wichtig, 27 Jahre müssen Sie nach dieser Modellrechnung das Durchschnittseinkommen in Deutschland verdienen. Wenn Sie sich jetzt mal vor Augen führen, ich habe Ihnen ja schon aufgeführt, wie hoch das Durchschnittseinkommen ist, Gehen Sie mal davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung weit weniger als der Durchschnitt verdient und nur unter der Prämisse, Sie haben 27 Jahre lang exakt wie der Durchschnitt in Deutschland verdient, dann bekommen Sie eine mickrige Rente, die gerade so auf Sozialhilfe-Niveau liegt, also genau in der Höhe wie jemand, der noch nie gearbeitet hat. Nach dieser Modellrechnung kam auch heraus, dass Arbeitnehmer ungefähr 83.600 Euro in die Rentenkasse einzahlen müssen, um im Alter so wie ein Sozialhilfeempfänger gestellt zu sein. Um es am Durchschnittseinkommen festzumachen, kann man sagen, wenn ein Arbeitnehmer 1 Euro weniger als derzeit 33.293,5 Euro im Jahr oder 2.774 Euro 46 im Monat verdient, dann lohnt sich seine Beschäftigung als Altersvorsorge nicht. Aus der Rechnung kam ja heraus, dass Sie mindestens 83.600 Euro in die Rentenversicherung einzahlen müssten. Nun stellt sich die Frage, mal angenommen, es wäre möglich zu entscheiden, ob Sie in die Rentenversicherung einzahlen oder nicht. Also rein spekulativ. Wie gesagt, Sie kommen da ja nicht so einfach raus. Und dann hängt das natürlich davon ab, wie Sie das Geld verwenden würden, wenn Sie es nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Man kann aber ja einfach mal anhand vom DAX, dem deutschen Aktienindex, das abbilden. Da gibt es auch Berechnungen drüber. Da gibt es ja zum Beispiel ETS, die zum Beispiel den DAX abbilden. Und wenn Sie da die Berechnungen sehen, sich die Historien anschauen, dann gewann der DAX seit seiner Normierung im Dezember 1987 im Durchschnitt 7,9 Prozent hinzu. Wenn ein Arbeitnehmer nun also 27 Jahre lang seinen Durchschnittsbeitrag zur Rentenkasse anstelle die Rentenversicherung in den Aktienmarkt investiert hätte, dann hätte er nach 27 Jahren 269.000 Euro. Würde dieser Anleger das Geld im Anschluss nie antasten, sondern nur von der jährlichen Rendite leben, dann hätte er monatlich brutto etwas über 1.600 Euro oder nach Abzug der Kapitalertragsstellen Solidaritätszuschlag dann ja also netto knapp 1.200 Euro zur Verfügung. Es gibt da auch Modellrechnungen, die gehen davon aus, ein Risikoscheuer Rentner dann, er legt sein Geld nicht mehr an, sondern verbraucht es nur noch, hat es quasi unter dem Kopfkissen liegen. Nach der Risikoscheuenbewertung kämen anstelle der 269.000 Euro nur knapp 200.000 Euro raus, die dieser Rentner dann für den Rest seines Lebens zur Verfügung hätte. Man hat dann mal gerechnet, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80,5 Jahren und einem durchschnittlichen Renteneintrittsalter von 66 Jahren kämen da dann aus dem Kopfkissen eine jährliche Entnahme von 13.658 Euro oder 1.138 Euro netto pro Monat raus. Und wenn Sie sich dieses Beispiel vor Augen führen, 1.138 Euro monatlich, das sind 276 Euro so roundabout monatlich mehr, als Sie in dieser Modellrechnung an Rente erhalten. Natürlich sind bei all diesen Beispielrechnungen weder das Inflationsrisiko noch das Risiko, dass Sie natürlich bei einer Aktieninvestition eingehen, abgebildet. Und natürlich haben Sie nicht so einfach die Möglichkeit zu sagen, anstelle in die Rentenversicherung zahle ich in die anderen Anlageoptionen ein. Das ist ein reines Gedankenexperiment, reine Modellrechnung. Aber an der Stelle sei auch gesagt, nur so kann man mal visualisieren, wie erfolgreich die Rentenversicherung eigentlich ist oder auch nicht ist. Natürlich kann man da auch keine Rendite ausrechnen bei der Rentenversicherung, denn durch das Umlagesystem ist es ja so, dass die aktuelle Arbeitnehmergeneration, die aktuelle Rentnergeneration finanziert. Es gibt da keinen Topf, wo Sie Ihre Beiträge einzahlen, die explizit nur für Sie verzinst werden und dann ausschließlich für Sie ausgezahlt. Sondern je weniger Beitragszahler einzahlen, desto höher werden die Beiträge und desto problematischer wird die Finanzierung der Rente durch die Rentenkassen. Aber wie gesagt, ich finde schöne Modellrechnungen. Gut, dass die auch mal herausgegeben wird. Und wie gesagt, alles andere ist einfach nur ein Gedankenexperiment, mal mit Zahlen rumgespielt. Aber schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, wie Sie das finden, ob solche Gedankenexperimente, solche Modellrechnungen für Sie hilfreich sind. Einfach so zur Einordnung oder eben nicht. Würde mich mal freuen. Dafür sind die Kommentare ja da, dass Sie da was reinschreiben. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.